Hallo, mein Name ist Lara Antonia Weiler und ich möchte Ihnen heute etwas über das Kombi-Element erzählen. Das Kombi-Element ist der Bestseller bei Steaketee, weil es eben so viele Ausstattungsvarianten gibt. Hier sehen wir jetzt eine Variante mit fünf Messerhaltern, zwei hier vorne, eins in der Mitte und nochmal zwei hinten. Diese ganze Variante gibt es auch nochmal kurz mit nur drei Messerhaltern. Mit diesem Element können normalerweise eine Reihenweite von 20 bis 80 Zentimetern realisiert werden. Allerdings sieht man hier eine Möglichkeit, in der man mit einem Element drei Reihen bearbeiten kann, für Getreide zum Beispiel. Also bei einer Reihenweite von ungefähr 15 Zentimetern geht dann jeweils ein Messer in die Reihen hinein. Die Arbeitstiefe des gesamten Elements kann über diese Spindel eingestellt werden, wodurch man eben ganz genau die Arbeitstiefe einstellen kann. Möchte man die einzelnen Messer adjustieren, dann kann man dies über diese Stellschraube hier einzeln einstellen. Außerdem bietet dieses Element die Möglichkeit, es hydraulisch auszuheben, also mit Section Control die einzelnen Elemente am Vorgewende anzusteuern. Außerdem kann man es mit Druck beaufschlagen, das heißt mit zwischen 30 und 60 Kilogramm kann das Element in den Boden eingezogen werden. Das ist besonders bei verschlemmten oder etwas verhärteten Böden sehr hilfreich. Hat man diese hydraulische Variante nicht, dann kann man auch manuell mit einem Aushübschlüssel einzelne Elemente ausheben. Bis zum nächsten Mal!